Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video, beziehungsweise zum heutigen Audio. Es ist gerade ziemlich früh, 5 Uhr, 9 in der Früh und ich sitze hier, bin gerade aufgestanden. Ja, es ist jetzt gerade nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo ich jetzt eine Kamera aufstellen möchte und ein Video aufnehmen möchte. Und das Video, über das ich heute sprechen werde, ist auch keines, was ich jetzt zeigen werde. Das könnt ihr euch gerne selber anschauen, ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich werde trotzdem gerne heute wieder meine Gedanken dazu teilen, denn ja irgendwie, heute ist ein bisschen was anderes. Ja, die letzten Male waren irgendwie lustig, wir haben uns sehr unterhaltsam gefühlt, alle zusammen. Wir haben uns Dirk Kreuter angeschaut in der ersten Folge. Wir haben uns den Ketzer der Neuzeit in der zweiten Folge angeschaut. Und wir haben uns in der dritten Folge, ähm, na, wer war's? Wir hätten mal eben auf die Sprünge. Dritte Folge, Glaubenssatzgemetzel, war, genau, Baulig. Alle drei super cool, super unterhaltsam und auch alle sehr sympathische Menschen. Heute kommen wir mal zu, ja, einem etwas anderen Kaliber, sag ich jetzt mal. Formuliere ich jetzt einfach mal so. Und zwar habe ich ein Video angeschaut von einem Kanal auf YouTube, der interessanterweise auch mit dem Ketzer der Neuzeit zusammenhängt, beziehungsweise die haben auf jeden Fall mal gemeinsam ein Video gemacht. Und ja, dieser Kanal heißt Liebe zur Bibel. Also alles zusammengeschrieben, alles großgeschrieben, hat aktuell jetzt gerade ich 36.200 Abonnenten. Und Jasmin heißt sie, die hier Videos postet, zwar über, ja, die Bibel spricht, über Jesus spricht, beziehungsweise ihre Vorstellung von dem, wer Jesus war, beziehungsweise das, was sie, was sie aus der Bibel für sich zieht, als Grundlage für ihre Definition von Jesus. Und sie hat jetzt vor 20 Stunden ein Video hochgeladen. Dieser Fehler darf nicht passieren. Punkt, 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 Punkt. Genau. Also, wenn du das Video ansehen möchtest, entweder gibst es mal ein oder schaust in die Videobeschreibung, da werde ich das verlinken. Worum geht es in diesem Video und warum heißt mein heutiges Video, beziehungsweise warum stelle ich die Frage, ob diese Jasmin, beziehungsweise Liebe zur Bibel, ist ja der Name des Kanals, ob sie ihre Seele verkauft für Klicks. Warum heißt das Video so? Also, ich spreche jetzt einfach mal darüber und fasse das mal zusammen, was in dem Video passiert ist. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt auf Pause drücken und dir erstmal das Video anschauen. Das geht knapp 10 Minuten. Oder du schaust und hörst dir erstmal diesen Teil hier von mir an und schaust dann im Anschluss das Video. Das kannst du natürlich machen, wie du willst. Also, in diesem Video geht ein junger Mann auf sie zu. Sie sitzt wohl irgendwo in einer Fußgängerzone oder in irgendeinem Café. Auf jeden Fall irgendwo, wo halt einfach was los ist, wo Menschen sind. Und sie sitzt wohl dort und hat irgendwie auch ein Schild oder Plakat dabei, wo irgendwas draufsteht. Ich habe jetzt nicht das komplette Video gesehen. Vielleicht hat sie das Schild gezeigt. Vielleicht auch nicht. Irgendwas stand da drauf. Auf jeden Fall kommt dieser junge Mann, ich schätze ihn mal auf, ja, vielleicht 19 Jahre. Ich schätze ihn mal. Jasmin kommt auf sie zu und fragt sie halt so ein paar Sachen zur Bibel, zu Jesus und so weiter. Hat auch ein paar Freundinnen dabei, die wohl auch schon irgendwie, ja, in irgendeiner Kirche aktiv sind oder irgendwie was mit Jesus am Hut haben. Und auf jeden Fall, er geht auf Jasmin zu. Und ganz offen, ganz ehrlich, stellt er ihr einfach die Frage, ja, wie er Jesus da irgendwie näher kommen kann. Und einfach so ein paar Fragen zu dem ganzen Glaubensthema. Ja, das ist einfach ein total offener junger Mann, der irgendwie einfach eine Sehnsucht verspürt. Und ja, die erste Anlaufstelle ist halt einfach die Person, die natürlich von sich selbst kommuniziert, sie sei christlich und sie sei ganz nah bei Gott. und ja, was halt diese Jasmin einfach auch von sich gibt, was halt Inhalt ihrer Videos ist. Und daher ist es irgendwo naheliegend für diesen jungen Menschen, auf sie zuzugehen und sie einfach zu fragen, hey, ja, wer ist Jesus? Wer ist Gott? Wie kann ich da näher kommen? Ist es nötig, dass ich bete? Und solche Sachen sind die ganzen Sachen, die er da so, Jasmin, fragt. So, soweit, so gut. Ja, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Bisher alles, was ich beschrieben habe, ist wunderbar. Und ja, bis dahin ist es einfach alles okay. Okay, so, jetzt geht es los. Ja, das Gespräch. Und ja, die Jasmin hat hier immer so unvorteilhaft so ein Handy in der Hand, was sie dann immer, also was sie als Mikrofon verwendet. Also die Tonqualität ist gut, das ist nicht das Problem, aber es schaut immer so ein bisschen komisch aus, weil sie hat so ein Riesenhandy in der Hand und spricht da immer rein und dann hält sie es so rüber und dann spricht er da rein. Also man sieht, das ist kein Mikrofon oder so, die haben jetzt da auch niemanden irgendwie verkabelt, sondern es ist irgendwie alles so ein bisschen unprofessionell, was ich schon auch interessant finde für einen Kanal mit über 36.000 Abonnenten. Aber gut, das ist, denke ich, nicht so wichtig und gleichzeitig fällt es einfach auf und das ist eben hier mein Format, dass ich meine Gedanken dazu teile und gerade bei solchen super sensiblen Themen, wenn ein junger Mensch auf einen zukommt und so um so einen Rat bittet, weil er offensichtlich einfach auf der Suche ist und er irgendwie auch sich selbst finden möchte, sich selbst kennenlernen möchte. gerade bei so einem sensiblen Thema, ja, es geht, also in meinen Augen darf es da schon von der Wertschätzung her auch, wenn man so ein Thema schon so publiziert und öffentlich macht, dann darf das von der Wertschätzung auch so sein, dass irgendwie jeder der Gesprächspartner ein eigenes Mikrofon hat. Das mag jetzt mega banal klingen, ja, aber ich meine, das sind jetzt 20 Stunden und das Video hat schon über 20.000 Aufrufe. So, das sind so viele Menschen, die das sehen. Ja, also, naja, also, wisst ihr, was ich meine? Das ist doch, also, über 20.000 Menschen haben das jetzt schon in 20 Stunden angeschaut. Der Kanal hat 36.000 Abonnenten. Die machen dann ein Format und dann nehmen sie ein Handy, ein Smartphone, als Mikrofon. Also, was kostet so ein Lavalier-Mikrofon? Die kosten unter 100 Euro, wenn man das mit Kabel macht oder wenn man es halt, wenn man so ein Format dreht, wo random irgendwie Leute auf einen zukommen, dann kann ich verstehen, dass man die nicht alle einzeln verkabeln will. Dann kann man halt so ein, ja, mit Wireless-Übertragung so ein Mikrofon, da gibt es ja auch von Rode, die sind zwar ziemlich hässlich, aber es gibt auch andere, da zahlt es dann zwei, drei, maximal 400 Euro dafür, für so ein Mikrofonsystem, wo dann beide gleich ein Mikrofon angesteckt haben. Das ist eine Sache von zwei Sekunden. Also, ich finde, es spricht Bände, dass sie da so sitzt, weißt du, und sie hat das Mikrofon in der Hand. Schau mal hinter die Symbolik davon. Schau mal dahinter. Er sitzt da und sie hat die Macht, wer wann spricht, sie hat die Macht, wann er gehört wird. Ist das nicht interessant? Weil es auch so gut passt. Es passt so zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Konstellation der Jasmin, Liebe zur Bibel. Also immer, wenn ich Liebe zur Bibel in diesem Video sage, stell dir vor, ich mache das in Anführungszeichen, ja, weil in meinen Augen hat ihr Kanal sehr, sehr wenig bis gar nichts mit Liebe zur Bibel zu tun. Eher das Gegenteil. Ja, ich empfinde das als sehr, sehr, sehr dogmatisch, was sie macht und als sehr fragwürdig. So, und da komme ich jetzt nämlich auch zu diesem Punkt, warum ich hier das Video mache. Weil das, wie sie es einfach macht, das geht einfach gar nicht. Das ist so krass von oben herab, wie sie hier die Menschen behandelt. Und dieser junge Mann, wirklich sehr sympathisch, geht ganz offen auf sie zu, weil er eben denkt, dass sie die Expertin im Glauben ist. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass sie das selber auch denkt. Sie denkt, sie hätte Gott verstanden. Sie denkt, sie ist die Expertin im Glauben. Warum? Weil sie einfach denkt, die Bibel würde die Wahrheit sein. Ja, ist natürlich nicht die Einzige, die das denkt. Das denken natürlich viele, dass dieses Buch das Leben erklärt. Und ja, dass man selber nicht mehr nachdenken muss, wenn man dieses Buch hat. Und ja, was mega interessant ist bei dem Video, ist einfach, sie stellt so suggestive Fragen immer, also sehr manipulativ. Und dann fragt sie ihn am Anfang, erstmal eine eigentlich coole Frage, erstmal fragt sie ihn, glaubst du, dass du ein guter Mensch bist? Und er sagt halt einfach, ja klar. Ich sag, frag mal 100 Kinder, ob sie ein gutes Kind sind. die werden mindestens 99, werden dir sagen, ja, ein gutes Kind. Oder völlig normale Antwort auf diese Frage. Natürlich ist er ein guter Mensch. Also schau dir das Video gerne an. Wahrscheinlich eh machen, wenn du jetzt gerade hier noch zuhörst. Man merkt, die Mann, er ist ein guter Mensch, der tut keine Fliege, was zu leid ist, sondern der ist einfach, einfach ein lieber, sympathischer Mensch, der da in der Stadt unterwegs ist mit seinen Freunden. Alles cool, alles gut. Ja, und dann macht die Jasmin einfach weiter. das müsst ihr euch geben, das ist unfassbar. Dann fängt sie an, ja, an sich alles schön und gut, aber was macht sie? Sie fängt dann an und stellt dann die Frage, hast du schon mal gelogen? So sagt er, ja klar, habe ich schon mal gelogen. Dann fragt sie, wie nennt man jemanden, der lügt? Also sie will darauf hinaus, dass er sich selber als Lügner betitelt. Irgendwann macht er es dann auch. Das heißt, sie hat dann, was sie wollte und dann hat sie ihn schon fast in ihrem, sie will ja Menschenfischer sein, sie zitiert ganz am Ende des Videos das Zitat aus der Bibel, wo Jesus eben gesagt haben soll, wo ich übrigens auch dran glaube, dass er es tatsächlich gesagt hat, aber in einem völlig anderen Kontext, wo er halt gesagt hat, ihr sollt Menschenfischer werden, ihr sollt Menschenfischer sein, ja. Und das nimmt sie dann auch am Ende des Zitats, was sie in meinen Augen ein bisschen falsch verstanden hat, ist, dass das nicht bedeutet, dass wir die Aufgabe haben, egal ob Christ oder nicht Christ, dass wir die Aufgabe haben, Menschen durch manipulative Suggestivfragen von ihrem eigenen Weg abzubringen und in eine Vorstellung von Glauben und in eine Bibelunterwerfung hineinzuführen. Nein, das war niemals Jesus' Absicht, niemals, sondern er, was er verkörpert hat, war die Freiheit und auch die Freiheit von Gedanken. Jeder durfte in seinem Umfeld denken, was er will, von sich selber, von den anderen und ja, er hat niemals, Jesus hat niemals mit irgendwelchen manipulativen Suggestivfragen Menschen versucht zum Glauben zu bringen. Niemals. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe mir, ich habe das Video gerade vor mir, ich habe es bei Minute 7, 52 pausiert, weil hier ist etwas mega Spannendes. Ja, sie, sie fängt halt irgendwann im Laufe des Videos dann einfach an für diesen jungen Mann zu beten. Also, ja, sie sitzt neben ihm und betet für ihn und dann wird es so verschwommen, der Hintergrund und im Vordergrund kommt dann so weiße Schrift, oben irgendwas aus dem Markus-Evangelium und dann unten steht, an dieser Stelle ist ein bedeutender Fehler passiert. Dieses Gebet erfolgt, ohne dass der Betroffene, ja, Betroffene wirklich in seinem Herzen versteht, dass er schuldig ist und Erlösung braucht. Dieser junge, glückliche, ein bisschen auf der Suche seiende Mann ist ein Betroffener, der schuldig ist und Erlösung braucht. Alter, Buße und wahre Umkehr ist hier einfach zu kurz gekommen. Also, das zitiere ich gerade, das steht in dem Video bei Minute sieben zwei und fünfzig. Doch Gottes Wort kommt nicht leer zurück und er wird es dennoch gebrauchen. Alter, es fühlt sich so schwer an. Dieser Satz, wie das da geschrieben steht, es fühlt sich so schwer an und es passt einfach so überhaupt nicht zu diesem jungen Mann, der einfach da offen ist, der einfach eine Leichtigkeit in sich trägt, eine Lebensfreude in sich hat, der auch am Ende des Videos sagt, es geht ihm gut, es passt einfach so gar nicht, was hier in diesem Text steht, das ist einfach so hundert Prozent das, was in der Jasmin ist. Diese Schwere, dieser Glaube daran, schuldig zu sein, dieser Glaube daran, betroffen zu sein und Erlösung zu brauchen, Buße tun zu müssen, umkehren zu müssen, also all dieser Schmarrn aus dem, was eben dieses Buch, was in diesem Buch drin steht, ja, also ganz im Ernst an, jeden, der jetzt hier zuhört, stell dir mal vor, du liest ein Buch und in dem Buch steht, du bist schuldig, du brauchst Erlösung, du musst Buße tun, du musst umkehren, so, stell dir vor, du liest ein Buch und das steht da einfach so drin, so, glaubst du das dann, weil es in dem Buch steht, also, ist die Tatsache für dich ausreichend, dass das in einem Buch steht, dass du es glaubst, diese Frage darf sich jeder jetzt einfach mal selber beantworten und wenn deine Antwort ist, ja, okay, dann glaubt das bitte, aber sei doch wenigstens so ehrlich, dass du es bist, der das glauben will und nicht, dass das Buch schuld ist, dass du das glaubst, also schieb das doch nicht auf das Buch, sondern sei doch wenigstens so ehrlich, dass es deine Entscheidung ist, das zu glauben, so wie es auch deine Entscheidung ist, Jasmin, zu glauben, dass du und andere Menschen, wie eben auch der Mann im Video, schuldig sein, ja, so und ich will dir nicht vorschreiben, was du tun und lassen sollst, liebe Jasmin, aber das mit diesen Suggestivfragen und diesem Menschen manipulativ in den Glauben bewegen oder in das zu bewegen, was du denkst, was der Glaube sei, ja, okay, passt, ich habe nichts gegen dich persönlich, ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich, was ich sage, also ich gehe mal davon aus, die Leute, wo ich die Videos kommentiere, die schauen sich das irgendwann früher oder später auch mal an, deswegen adressiere ich gerne diese Menschen auch persönlich, ich denke, du hast eine große Reichweite und damit, ja, auch eine Plattform und du darfst auch damit rechnen, dass auch andere Menschen das aufgreifen, was du sagst, weil du einfach einfach, ja, du ziehst Kreise mit deinen Inhalten, du bewegst was, du, ja, gibst was raus und es macht Wellen und dessen darfst du dir ganz sicher bewusst sein. So, und schau dir gerne dein eigenes Video mal an, du schaust dir wirklich gern mal an und wenn du offen bist, dann lade ich dich ein, mal einfach nur, ja, objektiv diese Konstellation zwischen dir und dem, ja, jetzt seinen Namen, ich würde dir gerade gerne seinen Namen wissen, ich weiß ihn jetzt gerade nicht genau, aber schau dir doch gern mal objektiv dieses Gespräch an und dann frag dich doch mal, ist das ein Gespräch auf Augenhöhe? Ist das ein Gespräch auf Augenhöhe oder ist das ein Gespräch, wo sich die eine Person über die andere stellt? Nur diese eine Frage. Das wäre, glaube ich, mega cool, wenn du das einfach mal machen würdest. Ansonsten denke ich, was den Glauben betrifft, also, haben wir definitiv sehr unterschiedliche Ansichten, ob ich jetzt deswegen schuldig bin und irgendwann dann in der Hölle schmoren muss. Genau, ich glaube auch, du glaubst es vielleicht, das könnte der Grund sein, warum du solche Inhalte verbreitest und daher ist mein abschließendes Urteil zur Jasmin und zu dem Kanal, der sich nennt Liebe zur Bibel, auch, ja, in meinen Augen ist das, was ich im Titel andeute, genau das, was die Jasmin hier tut. Ich wünsche jedem und jeder noch einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes. Ciao. 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 Ciao.